Hallo und herzlich willkommen zu einem digitalen Quick-Tipp. Mein Name ist Arno Burger. Ich werde oft gefragt, woran es liegt, dass man manche E-Mails formatieren kann und andere nicht. Wenn ihr eine neue E-Mail aufmacht, dann seht ihr hier oben, in welchem Format diese E-Mail erstellt wird. Das könnt ihr genauer einstellen, über Text formatieren, und ihr seht, es gibt in Outlook drei Möglichkeiten. Im HTML-Format und im Rich-Text-Format könnt ihr E-Mails formatieren. Im Nur-Text-Format geht das nicht. Formatierter Text wird zu unformatiertem Text. Das heißt, hier kann ich nicht formatieren, die Formatierungssymbole sind auch grau. Was kann jetzt passieren? Stellt euch vor, ihr bekommt eine E-Mail, ihr beantwortet diese E-Mail, und jetzt schreibt ihr einen Text. Diesen Text wollt ihr zum Beispiel fett machen, und ihr seht, hier fett geht nicht. Dann schaut mal hier oben, da steht, da ist es im Nur-Text-Format. Daran liegt es. Wenn ihr jetzt formatieren wollt, geht ihr auf Text formatieren, wählt zum Beispiel HTML als Format aus, und jetzt könnt ihr den markierten Text auch fett machen. Ich würde mich freuen, wenn euch dieser Tipp weiterhilft. Schaut auch gerne andere Videos im Kanal an. Ich freue mich von euch zu hören, gerne auch in den Kommentaren. Ciao, euer Arno.